Herzlich Willkommen zu einer neuen The Forest Folge. Du hast das Richtige gesagt, wenigstens. Ja, diesmal habe ich es da vorgesetzt. Leider muss ich sagen, mein ganzes Inventar ist irgendwie verschwunden. Das heißt, ich habe keine Rüstung mehr, nichts mehr. Alles, was wir letzte Folge gemacht haben, ich zumindest, ist irgendwie alles weg. Ja, also ich habe noch alles, aber er hat es halt irgendwie leider verloren. Ja, was heißt verloren? Ja, ich habe es immer unterwegs verloren fliegen lassen. Ist mir aus Versehen so aus der Tasche gefallen. Ja, wenigstens steht die Wand noch und du hast dein Zeugnis, wenigstens. Also ganz der Speicher nicht weg ist. Ich glaube, das ist jetzt nicht so tragisch. Ach ja, essen muss ich. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich auch mal auf das C dann drücken zum Speichern. Ich bin mir da nicht... Ja, oder vielleicht bevor wir dann halt aufhören, sag mal, dass du es vielleicht irgendwie abblickst, oder so. Ja, was ist das denn? Auf dem Boden, weil ich glaube... Ach Gott, da laufen sie schon wieder um die... Nee, nee... Ach du Schei... Ich glaube, das mache ich nicht. Weil sind sie schon wieder da, oder wie? Wo bist denn du? Oh, nein. Ich hätte es vielleicht nicht machen sollen, ich glaube, die haben mich jetzt gesehen. Hä? Wieso habe ich einen Kopf in der Hand? Hä? Du hast einen Kopf in der Hand? Ja, ich habe mir nur was... Ich habe mir nur was zum Essen genommen. Was ist das so? Jetzt habe ich einen Kopf in der Hand. Was ist das? Hä? Mh... Schön. Mh... Was für ein Schwachsinn. Kann man den... Also im Notfall haben wir hier noch Bären, ne? Nur mal so. Kombinieren. Also falls du mal Hunger hast, ein bisschen duscht. Da warte ich, guck mal schnell. Ja, das ist unser Notfall. Guck mal, wir machen die Logs weiter. Ja. Guck mal, ob wir da oben... Foot... Äh... Ich habe sie schon wieder gehört, die sind hier irgendwo. Hübsch. Ja. Ruppen... 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 Die haben wir echt den halben Wald abgeholzt hier. Denk mich ja mal, schein mir noch hier irgendwo. Two Ruppet Skins? Okay. Ich brauche nochmal zwei... Dinger. Pasenteile. Und der Baum ist hier schon wieder. Was, der Baum ist schon wieder da? Ja, der vor der Mauer, da ist mir so ein kleineres Lander Baum, der da wächst. Ach, der kommt unten. Bist du? Aber ich habe auch mein Leben weg und so, ne? Also das war ja eigentlich auch noch alles da. Das ist irgendwie... Also irgendwie ist das ein falscher Spielstand irgendwie, oder? Keine Ahnung. Ja, also für mich irgendwie, also... Irgendwas stimmt da nicht. Ich weiß nicht. Als hätte da irgendwie den falschen Spielstand geladen von... Von mir, ja. Ja, von mir irgendwie. Mein Inventar, mein falscher Inventar Spielstand. Und bei dir stimmt das halt noch mit dem Bauen und so alles. Komisch. Also irgendwie... Ja, vielleicht doch einfach mal das Sicherheitsfall mit C drücken. Ja, vielleicht soll ich es mal auswählen. Passiert da irgendwas? Nein. Verstandest du den schwarzen Bildschirm dann, oder? Jaja, klar. Es kommt ganz kurz ein schwarzer Bildschirm. Und dann bin ich wieder ins Spiel. Also... Naja, vielleicht tut er doch irgendwie das Zwischenspeichern oder so. Ja, vielleicht mein Inventar oder so bloß. Ich weiß auch nicht. Aber ich habe keinen Speicherstand oder so, den ich auswählen kann. Kein Slot oder so. Ja. Du drückst einfach auf sich. Ja, ich mach es auch sofort. Weil letztes Mal hat es ja glaube ich auch funktioniert. Oder ich habe nicht drauf geachtet. Das kann natürlich auch sein. Das letztes Mal hast du gleich schon mal gespeichert. Ja, gespeichert habe ich schon, aber... Ich weiß nicht, ob es wirklich gespeichert... Also ob mein Inventar dann da war. Da habe ich ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Ja, okay. Da waren auch einen Tag dazwischen, ne? Na, ja gut. Ist ja jetzt wohl... Ist ja nicht so schlimm. Könntest du Bäume vielleicht ein bisschen weiter links abholzen jetzt? Weil sonst muss ich so weit latschen. So. Ich schmeiße eh... Weil die Mauer ist jetzt... Ja, auf der Seite eigentlich fertig. Das wäre vielleicht gut, wenn du so auf die andere Seite bäume fährst. Okay, dann machen wir das auf die andere Seite. Aber zuerst mal bringen wir die beide schnell hier rüber. Wir haben jetzt doch eh bald mit der Mauer hier. Ja, es geht echt voran. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das doch noch so schnell kriegen. Ja, okay, aber waren schon viele Folgen, ne? Glaube ich. Ja, also wenige waren es echt nicht. Jaja, aber ich glaube, vor der nächsten Nacht müssten wir fertig sein. Ich glaub's auch. Ich glaub's wirklich. Ich hab ein gutes Gewissen. Es sind wieder... ...mutmütige... ...Bären gewesen. Und ähm... Alle Logs hier weg... Ne, da ist noch einer. War er noch da? Gut. Ich glaub auf der Seite waren's jetzt alle. Ich kann's wieder anfangen zu hackern. Versuchst du da gerade Eingeborene nachzumachen? Ja. Oh nein! Oh doch. Verdammt. Verdammt. Also ich bin drüber gekommen. Blöderweise. Kommt die wahrscheinlich an drüber, weil die noch höher sind können. Ja gut, wenn sie... Dann springen sie aber in der Schlucht runter, ne? Es ist echt... Es war echt knapp, sag ich mal. Aber trotzdem. dem gut wenn man da unten ist noch fallen hinbauen so ne ja klar ich weiß nicht lief dingen ja ich fand es eine loggs da unten ich habe drei mir gefällt glaube ich habe ja gerade zugegangen jawohl ich glaube du hast letztens fehler gemacht dass die maus wird weil du sobald eine maustaste drückst dann tötest du es also immer schön drücken wo sind die zwei loggs jawohl zwei kaninchen dann tun sie es sich mal schön fortpflanzen nur noch 63 also rehe gibt es echt genug also dabei bin ich nicht mehr so wenn mir entgegen läuft sage ich hey servus und schönes leben noch ja aber fleisch ist immer gut davon kann wir nicht genug haben naja müssen wir aufpassen damit die scheiße nicht auf unsere auf unserer bauwerk fällt ich glaube das ist weit genug eigentlich und dass es nicht runterrollt oder so kommt schauen mal kurz ein bisschen spazieren gehen weil ich keine ausdauer habe kann gerade nichts schlagen aber man hat nur eine begrenzung bei der ausdauer das ist der blaue balken wie kann man den auffüllen bestell äußerst du das mit schlafen kommen ausfüllen oder mit alkohol mal kult so dann eine schlücke alkohol da holt was runter ne mit alkohol wird zu geringer du dort alter solch alkohol gedrungen ist heute gar nichts mehr mann hübs stimmt das war ja fast blöder pimmel ne aber hey was was bringt denn alkohol leben oder nur was ey das kann es doch nicht sein dieser drecksvogel alter was da buß ach scheiße lauer achso ne damit kann man nur den Durst löschen aber ahja uff sorry habe jetzt falsch im Kopf gehabt irgendwie muss man das doch ich kann doch nicht jedes mal schlafen hallo ich kann ich kann jetzt zwei meter sprinten dann ist sie vorbei der blaue balken ist gleich ganz unten und da weiter füllt sich auch deine deine ausdauer nicht aus ja das ist das problem wenn man keine ausdauer mehr hat dann ist es echt kritisch du hast einmal die energieanzeige und darin die ausdauer und die ausdauer füllt sich aber nicht weiter auf als wie die energieanzeige ist ja genau wie fülle ich die auf äh weil man kann ja ähm sag ich mal medizin herstellen man kann aber auch so energie teile herstellen also aaah soda trinken jetzt pass auf oder trinken ja aber du kannst ja trinken macht's voll trinken macht's voll ok passt gut zu wissen also jetzt hätte ich fast eine rebe nahkampf gekillten ja wo ist denn das jetzt wunderschön so muss das nein jetzt habe ich unterm reh durchschmissen und wir sollten dann vielleicht auch mal äh gärten anlegen wo man dann ein reines medizin mit dem gärten ich check das nicht so ganz mit den gärten da bin ich so ein bissl muss man halt äh ja samen sammeln und dann ja dann krieg ich die samen her die äh das ist so ein plus zeichen wenn du da mal ein bissl rum gehst und so kleine gebüsche hast dann ist so ein plus zeichen ok haha ich hab's im nahkampf gekillt du dummes tier was hast du getan ach alles hat mit dem kopf in der hand oh ich freu mich dazu wenn wir uns ein baumhaus anfangen können äh ein hausboot baumhaus baumhaus können wir aber auch machen das wird die erb auch irgendwie ja aber wir haben irgendwie keine bäume mehr in der gegend weißt du ja in der gegend aber wir können jetzt trotzdem was machen ja das ich würde lieber erstmal auf nummer sicher gehen und das hausboot mal bauen aber ich glaube das ist echt dann super weil das hausboot besser kannst du das nicht haben glaube ich da kommen keine viecher hin verschreiß nicht weil schlussendlich gibt es dann welche die dann auf einmal schwimmen können oder so ich weiß nicht so welche seemonster muss man schnell äh hab ich noch nichts von gehört sauber machen ja also von seemonstern oder das viecher die schwimmen können hab ich eigentlich noch nichts gehört ja vielleicht kommt die dann irgendwann mal wenn sie merken auch das hausboot ja genau fleißig fleißig so uuuhh gleich haben wir's oder na gut was hast du gleich bald haben wir's jetzt helf ich dir kurz jetzt müssen wir ein bisschen energie erfüllen wieder aus da ich bin mal gespannt ob die Leute da drüber kommen oder nicht natürlich jetzt bitte ne weil die werden jetzt immer stärker und nicht dass sie dann genau in der Nacht wo wir dann fertig sind drüber springen können ja einfach mit fallen und so das geht schon ja das schaffen wir schon aber ich fühl mich dann irgendwie schon sicher wenn da mal ja ich fühl mich dann ein bisschen sicherer oh und dann laufen sie schon wieder rum mein ne rechts komm frau komm her ich bin schon da komm kassier dir deine klatsche komm komm wo ist sie komm 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 Was ist das denn? Die ist ganz schön stark, ne? In dein Popo Ey, du kannst rockern Ah, Knochen, Knochen, das ist ganz gut Ey, Knochen? Ja, für mich die Knochen, weil ich hab ja keine Rüstung mehr Ja, achso, so hast du das gemeint Tja, man sollte nicht alleine als Frau unterwegs sein, ne? Ja, merkt euch das Sonst passiert sowas Ja, sonst passiert das, dass Skuldo und Concord daherkommen und dann Ich mit der Axt fisten Brenne, Bitch Hier ist es heiß Und Was machst du da? Liegen die da drin? Hoffentlich kommt jetzt nicht der Ehemann von dir Falls sie denn überhaupt so ein System haben Alter, ich sehe ja richtig gut aus hier Mensch Ach, da waren Hase Ach, hier haben wir auch noch Loks, ne? Ja, aber die sind ja eher so als Nose-Service, soll ich mal Wenn wir irgendwas reparieren müssen Weil wenn mal ne Mauer kaputt geht oder so, dass wir schneller wieder aufziehen können Ja, das wäre ganz Hilfreich, ne? Ja, doch Sollten wir vielleicht immer mehr machen oder so Ja, wenn wir mit der Mauer fertig sind Vielleicht wenn wir nicht mehr wissen, was Zu machen ist Ne, wenn wir mit der Mauer fertig sind, beginnen wir mal mit dem Hausboot Oder Boothaus oder so Weil echt mittlerweile Freue ich mich jedes Mal wieder, wenn ich ins Wasser kann Wenn wir dann noch ein Rückzugort haben Mit Essen und Trinken und Feuer Wäre schon geil Wäre wirklich geil Würde mich echt freuen Der Ende Fall ist zugeschnappt Aber da ist kein Tier drin Schade Oh, da liegt ein Bauch Hey, was ist denn das jetzt? Ah, das ist auch noch mal eine zu Aber da ist auch noch nichts zu Habe ich jetzt? Ja, doch Und hast du einen Baum für mich? Ne, das ist auch nichts Da liegt auch noch einer Schön schön, da machen wir den noch Oh, jawoll 23 nur noch Wunderschön So, jetzt geht die in der Alter Aber es ist aber vielleicht auch ganz gut, wenn alles so offen ist Ja, ja, klar Da sieht man die Und dann ähm Ich weiß gar nicht Ich weiß gar nicht Ob die Ja, nun können sie nicht auf die Bäume klettern übrigens Ne Ja, danke, dass du den letzten Schlag gemacht hast Stimmt, ja, die können ja auf die Bäume klettern Ja, ja Also, zumindest waren ich ja nicht alle Aber hier liegen ja noch zwei, die hast du nicht mitnehmen wollen, oder wie? Du hast doch grad gefällt, wahrscheinlich können ja Ne, das waren andere Achso Wahrscheinlich kommen dann jetzt die fetten Die dir einfach einreißen mit einem Schlag Das wär so mies Das wär so assig, man Wenn die KI jetzt kapiert, oh da steht ne Mauer, jetzt braucht man stärker Mich würds interessieren Wenn du weiterziehst, ne Und dir einen komplett anderen Ort suchst, ne Ja Ob die da ähm Ob die dann immer noch Also wieder so viele kommen Und direkt wissen, wo du bist Oder ob das dann wieder so langsam anfängt Weißt du, was du meinst? Achso, ja Das wär Wäre cool, wenn es wieder langsam anfangen würde Ja klar, weil die dich nicht mehr finden oder so Und dann Wäre geil, ich hab keine Ausdauer mehr Ich hab irgendwie die ganze Zeit keine Ausdauer, das ist ja schlimm Ne, bei mir gehts langsam also ganz schön runter Jetzt Müssen wir vielleicht einmal was trinken oder essen Oh, Alter Also jetzt kann ich gar nicht mehr kämpfen Oh, Alter Das sind Bären Sehr gut Sind das gesunde Sehr schön Schön, jawoll Ja Wie viel noch? Reicht das schon da? Ne Oh, jetzt wird's langsam dunkel Einen Baum brauchen wir noch Oh, Schatz Oh, Shit Vielleicht zwei Hack du ein, hack ich ein Dann ist gut Elf, ja, da brauchen wir zwei Bäume Ja, vielleicht sogar drei, wenn wir nicht haben Ne, jetzt nicht direkt da vor der Nacht Darf'n wir Das schafft Ja Na gut Na gut Und ich sag, wenn wir dann mit der Mauer fertig sind Dann sind wir mit der Folge eigentlich schon wieder fertig Das ist überspannend Und dann nennen wir sie Wie? Mauerbau Ja Mauer steht Gut, eigentlich kann man die letzten Ja, die letzten sieben Folgen Mau Mauerbau Wie genau? Alter Oh, Alter Was zu? Alter Wieso kann ich die jetzt nicht aufnehmen? Ja, manchmal geht das irgendwie nicht, ne? Direkt nach dem Fall Ja Das muss jetzt, das reicht jetzt, komm schon Ist da noch eine Lücke, oder? Wie ist schon das? Komm schon Alter, tu uns das jetzt nicht an Wo, wo ist denn die Erde? Ich sehe jetzt keine Baum Stände mehr Wann ist das alle? Nein, da hinten ist noch Fünf Da, hier in der Ecke Das geht so in die Erde rein, leider Eigentlich, eigentlich dürften die da schon gar nicht gehen Achso, da oben meinst du Scheiße, wir brauchen nochmal Bange Das kannst du jetzt nicht sein Fünf Stück, Alter Nee, hier liegt noch einer Einen hab ich Alter, komm beeil dich Hack Hack was Hack was das Zeug hält Ach du Scheiße Jetzt wird's richtig dunkel Oh scheiße Das gibt's doch nicht Zu knapp Vier Stück noch Erfällt? Komm schon Zwei du, zwei ich Und dann pennen gehen Oh nein, mein Ausdauer ist flöten Das kann's jetzt nicht sein Bitte nicht jetzt Du wartest gefälligst auf mich Du blöde Tag Toll im letzten Eck Die Bäume im letzten Eck des Waldes Zwei noch Zwei noch Ja ich habe zwei Gut Was ist'n das? Da irgendwo ne Ich seh's nicht Ja Geil Wir Rein Ja, schau's dir an Wir sind schwer Hammer Ja gut, da hinten müssen wir vielleicht erweitern Weiter in die ins Ding Weil du weißt ja irgendwie komm Ja stimmt Stimmt Das können wir jetzt direkt nochmal Vielleicht mit der Not Schlafen Oh Nicht wiffeln Oh, ja die sind da Ich wär auch für Schlafen Komm Schlafen Warte, ich schreihe Alter, was ist'n das für Schrei mittlerweile Ich speichere auch einfach Ich drück einfach mal C Schwarze Bildschirm Zack, wunderbar Und schlafen Yay Ja Aber ich habe irgendwie Angst irgendwann mal aufzuwachen Und dann zum Eingeworenen über mir zu sehen Ich weiß nicht, das ist voll unlogisch Dass man, wenn man schläft, ne Dass die dann nix machen, ne Und wenn man wach ist, dann gammeln die die ganze Zeit in der Gegend rum Na, da würde ich sagen Wir beenden diese Folge jetzt hier an dieser Stelle mal Ja, warte kurz Zack So Okay Die Defensive Fall ist Endlich fertig Und jetzt können wir eigentlich mal Verteidigungsanlagen bauen Fallen Ja genau, können wir du dich mal ein bisschen um die Fallen Vielleicht noch ein paar Behältnisse noch Ja genau Dass wir ein bisschen aufstocken können Können du dich mal ein bisschen um die Fallen Und ich mache dann den nächsten Fall Gucke ich mal, wo wir das Hausboot hinbauen Ach stimmt Wie das funktioniert Ja, vielleicht das Hausboot erstmal Ja Wie das funktioniert oder so Ja Gut, dann Danke fürs Zuschauen Danke fürs Anschauen Dann bis zur nächsten Folge Ciao 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 Ciao